Ich mache das Trainee-Programm bei Porsche im Bereich Finanzen. Ich habe das HR-Trainee-Programm gemacht. Ich bin Vertriebs-Trainee. Ich bin ein IT-Trainee. Das Traineeship dauert insgesamt 18 Monate und teilt sich in drei Stationen auf. Also das Coolste am Trainee-Programm ist mit Sicherheit, dass man einen sechsmonatigen Auslandsaufenthalt hat. Die Stationen in den Programms variieren, da ist man ganz offen und flexibel. Ich habe beispielsweise die Station Employer Branding und Personalentwicklung gemacht. Jetzt wechsle ich nur in die Bank. Wobei es da in den jeweiligen Bereichen nochmal enorm viele Unterstationen und Möglichkeiten gibt. Zusätzlich gibt es dann noch so Trainee-Module. Das heißt, man kommt quasi ein bisschen aus dem Arbeitsalltag heraus. Da kommt da jemand von extern und zeigt uns dann auch wichtige Skills, die man halt auch im Berufsleben braucht. Das Trainee-Programm kann man grundsätzlich hier in Salzburg machen. Für die ITler besteht aber die Möglichkeit, dass sie es aus Wien aus machen. Am Porsche aufzuarbeiten ist super cool. Man hat total viele Leute, die einem immer weiterhelfen. Es ist immer wieder in der Nähe, man ist nie alleine. Kein Tag ist wie der andere. Werde auch du Trainee bei der Porsche Holding.